Okay, wir haben es gerade, beziehungsweise beim letzten Mal gehört, wir brauchen den Sprengstoff aus dem Verhörraum. Jetzt ist natürlich die Frage, wo ist dieser Verhörraum? Hier? Schon mal nicht. Wo sind wir denn hergekommen? Da ist eine Waffenkammer, da kommen wir sowieso nicht rein. Okay, also bleibt es nicht viel. Sprengstoff. Ich brauche den Sprengstoff aus dem Verhörraum. Sag ich doch. Also müssen wir natürlich da rein, ist doch klar. Ja, ist klar. Mit Vergnügen. Ohne Rücksicht auf irgendwelche Verluste, aber gut. Vielleicht hat er es auch verdient. Vielleicht auch nicht. Na ja. So, da ist der Sprengstoff. Eingetütet. Da müssen wir jetzt zusehen, dass wir diese Anomalie schließen. Ja, oder laut. Fliegen sie schon. Das war schon mal falsch. Okay. Oder? Doch, ich darf weiter. Der macht nichts mehr. Könnte richtig sein. Mal sehen. Hier ist ja nicht... Hier kann kein durchkommen. Zack, und schon dreht sie sich wieder um. Was ist denn da oben? Hier ist auch eine Luke. Kann mich denn nicht mal mit Eiden rein. Ups. Ne. Sieht aus, als wäre mir hier falsch. So. Na gut. Da hinten wuseln. So. Lauf ich doch einfach mal. Ui. Geradeaus. Könnte richtig sein diesmal. Können wir noch mit Eiden was machen? Nö. Nö. Oha, da, da, da. Da ist es. Schwarze Loch. Tja, mach was. Wir kommen wieder hin. Durchs Wasser. Versuchen wir mal, den Anzug hier zu schnappen. Ja, wohl. Geht. Und ab dafür. Und ab dafür. Nicht weit weg gehen. Ach so. Ich muss was machen. Okay, jetzt unter Wasser. Ich sehe gar nichts mehr. Und dem Ding muss es doch Licht geben. Oh, ich bleib mal ein. So. Am besten einfach mal geradeaus laufen. Hier diesen... ...Lichtern folgen. Da machen wir wohl nicht viel falsch damit. Wenn es auch ein wenig dauert. Nein. Okay, ja, ja. Ist ja gut. So, hier wird es wohl langsam interessant. Kommen wir dem Ganzen noch schon sehr nahe. So, hier ist... ...den Sprengstoff platzieren. Und uns vom Acker machen. So schnell, wie wir gekommen sind. Ach so, hier auch noch ein bisschen. Und da auch nochmal, schätze ich. Okay. Jawohl, so ist es. Mit Timer. Wie viel haben wir denn? Drei Minuten? Drei Minuten. Nichts wie weg. Drei Minuten. Jo, weg hier. Ich hoffe, ich finde jetzt den Weg. Ich renne einfach mal da hinten hin, wo es leuchtet. Ja, das sieht nach... Das sieht gut aus. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Nichts wie weg. Ein bisschen schneller, wenn es geht. Töten kann er uns ja sowieso nicht. So, komm. Weg. Du stirbst heute hier mit mir. Boah. Die größte Entdeckung, die die Welt jemals gesehen hat. Zerstört. Nur wegen dir, du dämliches amerikanisches Mistzöck. Welchen Knopf? Scheiße. Äh. Komm. Ja. Fieser Kratzer. Oh. 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 Oder auch nicht. Terminator lässt grüßen. Nee, das war aber nicht falsch. Wo ist eigentlich Heiden? Ja, der Endzeit. Oder so. Oh, ich glaube, wir sollten weiter rennen. Ey, lass mich los. Oh, scheiße. Da weiter. Was ist los? Ja. Das war's für heute. Oh Gott, oh Gott, ja, alles ist natürlich immer wunderschön inszeniert und sieht alles toll aus, spielerisch natürlich eher belanglos, aber gut, das Spiel will ja auch nicht mit Gameplay glänzen, das hat seine anderen Qualitäten und daher kann man darüber sehr gut hinwegsehen, finde ich. Hast du gedacht, ich lasse dich hier, hm? Natürlich nicht. Na, rechtzeitig. Das waren drei Minuten. Was man also in drei Minuten schaffen kann. Oh, Hebel. Die Schockwelle hat den Antrieb zerstört. Da muss wohl einer kurbeln. Wer mein Leck, wer mein Leck. Wir werden ertrinken. Die Oberfläche ist nicht weit. Vielleicht schaffen wir das Leben bis hoch. Ja, ich gebe doch einen vernünftigen Plan. Na dann, keine Zeit verlieren. Oh Gott. Ich hoffe, ich soll es nicht im Rhythmus machen. Okay, hat geklappt. Dürfte ja auch angenehme Temperaturen haben, das Wasser. Na komm, ich helfe dir. Vor allem, eher da. Fuck, ich hasse Geld. Immer noch sauer auf mich? Nein. Nein. Mir ist zu kalt, um sauer zu sein. Weißt du, ich hab dir das nie gesagt. Aber ich liebe dich, Jodie. Das sollten wir jetzt mal mitmachen. Unter anderen Umständen. Wäre ich sehr bewegt. Wir wollen noch ein Happy End. Also, was ist mit dir? Liebst du mich denn auch? Ja, was soll's. Ja, ich liebe dich, mein Gott. Küss mich. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Nichts! Da! Da drüben! Da!